Obwohl der Club of Rome bereits 1972 in seiner grundlegenden Veröffentlichung mit dem Titel Die Grenzen des Wachstums darauf hingewiesen hatte, dass die Menschheit auch einer Energieknappheit entgegengehen könnte, hat der Gesetzgeber in Deutschland erst nach den sogenannten ersten und zweiten Ölpreiskrisenmaßnahmen ergriffen, um die Importabhängigkeit von Lieferländern für Erdöl und Erdgas zu verringern. Hierzu diente das 1976 eingeführte Gesetz zur Einsparung von Energie in Gebäuden, das häufig auch als Energieeinsparungsgesetz bezeichnet wurde. Es war die erste Maßnahme des deutschen Gesetzgebers zur Reduzierung des Energieverbrauchs. Das Gesetz ermächtigte die Bundesregierung, Fragen des baulichen Wärmeschutzes durch eine Energieeinsparverordnung so zu regeln, dass beim Heizen und Kühlen vermeidbare Energieverluste unterblieben. Von Emissionen, wie sie bei der Bereitstellung von Energie auf der Basis von Verbrennungsprozessen entstehen, war in diesem Energieeinspargesetz wie in allen seinen Folgegesetzen keine Rede. Es ging nicht um Klimaschutz, sondern ausschließlich um wirtschaftsstrategische Sicherungsmaßnahmen. Und dann, wie sie bei der Bereitstellung von Energieverbrauch ist,